Hey, 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 halli, hallo, Leute! Ja, grüße aus meiner Freunde von mir und grüße aus SICKWEST! Ha, ha, ha! Ja, das muss ich machen, denn der Gimli fehlt ein bisschen, aber ich hab noch jemanden dabei, und zwar den... I don't want to live so good! Hallo, Minecraft-Freunde! Ja, und bei mir beginnt jetzt Folge A, und wir wollen wieder die Stoppuhr stellen, damit wir das Tic-Tac am Ende hören, damit wir wissen, wann die 15 Minuten vorbei sind, und dann gibt's nochmal um 16.30 Uhr Folge B auch wieder 15 Minuten. So, und ich will heute Kalle helfen, ein paar Quests zu erledigen. Ja, wir haben's vorher schon gemacht, aber mussten die Aufnahme durch ein paar Fehler leider löschen. Ja, da ist ein enormes Problem hier aufgetaucht. Aber, das ist kein Ding. Das ist kein Problem, ne? Für euch tun wir alles. Genau, ihr seid unsere Zuschauer. Ähm, ganz kurz gleich mal sagen an Metos und meine Zuschauer, die Kiste hab ich bekommen. Metos wollt ihr mir ja auch eine laufende Kiste geben, hier ist sie, Gertrude heißt sie. Genau, Gertrude. Und damit ihr auch seht, wie sie gekraftet wird, zeige ich euch das mal. Das ist Reisegepäck, nennt sich das Teil. Und da braucht man hier so acht Sticks, ein, ne, sieben Sticks, einen Diamanten und eine Truhe. Und dann hat man so ein Reisegepäck und dann kann man das umbenennen im Amboss. So, ähm, Kaleb braucht ihr jetzt erstmal Plastik, ne? Mh, Plastikfolie. Ja, wir brauchen erstmal Rohplastik, damit wir überhaupt Plastik herstellen können. Ja, Leute, hier, das seht ihr, das haben wir schon alles gemacht, das hab ich alles bekommen. Moment, Moment, wir müssen erstmal Gummi brennen. Das heißt... Darf ich, ich hab ne Frage, darf ich dich einmal mit meinem Fisch hauen? Äh, mit deinem Fisch? Ja. Ich will mal gucken, was der macht. Äh, ich hoffe gar nichts. Darf ich? Warte mal, ich will erstmal hier. Ich will dich mit dem Fisch hauen. Ja, ja, ich weiß nicht, warum ich nur 32 vorhin genommen habe. So, okay, das heißt, du brauchst Plastik. Jo, darf ich dich einmal mit dem Fisch hauen? Meinetwegen. Ich weiß nicht, was es dir bringt. Alter, nein! Alter Schwede. Ähm, ich geh mich erstmal löschen. Ja. Besser ist das? Auf dem Fisch ist Morsel und Verbrennung 5 drauf, was auch immer Morsel ist. Hey, auf dem Fisch. Auf dem Fisch habe ich doch vorhin durch eine Quest gewonnen. Hier, pass auf, ich werfe die kurz hin. Ähm. Oh, Gertrude. Nimm ihn dir mal raus. Guck ihn dir mal an, weil Gertrude ist er drin. Oh, warte mal, ich muss mal die Dings hier stoppen, die Produktion. Sonst macht er mir nämlich alles das Rohplastik weg. Muss ein Theo. Das wäre ungünstig. Wo muss ein Theo hin? Äh, ich weiß es nicht. Der wird irgendwo rumlaufen. Irgendwo rumlaufen. Irgendwo rumlaufen. Nee, halt so macht man noch kein Rohplastik. Man. So macht man Rohplastik. So. Dann. Hier hast du einmal Rohplastik. Das wäre... Gertrude! ...Quest solltest du jetzt abschließen können. Yo. Und dann hattest du ja noch eine andere Quest. Gucken wir mal in den Rucksack rein. Ein Kuchen. Melting. Da brauchst du versenkter Tank. Moment. Machen wir hier mal die ganzen versenkten Sachen auf. Ähm. Ich muss mal ganz kurz... Ich bin gleich wieder da. Ich gehe mal kurz an die Werkbank. So. Ich mach dir schon mal ein paar Sachen, würde ich sagen. Oh, ich hab einen Gummibaumsetzling. Was kann ich denn mit dem machen? Was denkst du einen Tank brauchst du? Was war das noch? Äh. Was? Wie heißt das Ding? Sechs Leben! Oh, überleg mal. Wir hatten elf. Und jetzt hab ich alleine wieder sechs. Juhu. Also, Moment. Wir legen das hier unten mal ein. Schmelzerei-Kern. Das ist dieser hier. Dann brauchst du noch... Weißt du, brauchst du noch... Vielleicht da ist der Bruder. Schmelzerei-Ausstoß. Ähm. Genau. Diesen. Dann. Das senkt der Ziegel. Ich glaub, den brauchst du auch, ne? Ich mach mal vorsichtshalber einen. Wollen wir mal. Ähm. Ja, versenkt der Ziegel. Wusste ich doch. Zapfhahn und Gustisch fehlt noch. Oh, mir ist das echt... Echt nett. Der hilft mir so ein bisschen. Es hat eine kleine Freundschaft-Quest-Runde, ne? Jawohl, richtig. So, einen Zapfhahn brauchen wir noch. Äh, ne. Man soll es auch richtig schreiben. Einen Zapfhahn brauchen wir. Wenn ich bei dir bin, hab ich Elektris bei mir immer ein wenig. Wie in den FPS. Die gehen immer mal hoch und runter bei dir. Okay. Und ein Gustisch war das noch. Gust. Da haben wir ihn doch. So. Jetzt haben wir die Sachen zusammen. Kalle? Ja. Werf dir die Sachen mal zu. Äh, der dreht er sich weg. So, warte. Bleib stehen. Lauf nicht weg. So. Ha, Gertrud, mach nichts mehr, was er voll ist. Ja, ja. Ist auch gut so. Jetzt klautst du die Sachen wieder. So, dann schau mal in dein Questbuch. Solltest du jetzt erledigen können. Ja. Was nehme ich denn dafür? Ähm. Den Peach-Sharpling habe ich ja schon bekommen. Ich glaube, ich nehme das volle Herz dafür. Das ist wichtig. Ja, okay. Und schleimige Setzlinge hast du auch? Weil sonst gebe ich dir einen. Nein, habe ich nicht. Ich habe mir dafür das Herz genommen. Warte mal. Könnte es sein, dass ich hier noch, ähm... Den hätte ich mir bei einer anderen Quest, glaube ich, nehmen können. Nee, da ist kein schleimiger Setzling drin. Dann gucken wir mal da hinten. Dann gebe ich dir so einen schleimigen Setzling. Dann musst du da nicht drauf verzichten. Ja, ich werde jetzt aber auch erst mal gleich nach Hause gehen. Denn ich habe wirklich viel, viel, viel jetzt im Inventar. Ähm. Und deine Gertrude ist auch voll, ne? Ja. So, jetzt werden wir mal gucken. Jetzt kommen jetzt langsam hier diese komischen, äh, Dinger, die ich machen soll. Boah. Hat deine Gertrude noch Platz für einen schleimigen Setzling? Nee, aber ich. Weil sonst, äh, ich kann ja, ich kann ja meinen Inventar auch noch zur Verfügung stellen. Und dann komme ich mit rüber halt, ne? Wäre sowieso gewinn, wenn du Bock hattest, mit rüber zu kommen. Jo. Gut. Ähm, was willst du als nächstes machen? Ähm, gar nichts. Gar nichts? Alles voll. Eigentlich. Also ich habe jetzt genug. Jetzt kommen jetzt zum Beispiel diese Sachen mit diesen komischen Rohren und irgendwelche komischen Schablonen. Spitzhackenkopf, äh, Gussformen kommen jetzt dran und so. Aber das kann man ja irgendwann anders machen. Also ich würde sagen, kommst du mit zu mir? Warte mal. Äh, etwas können wir noch machen. Sind, äh, drei Teile. Das heißt, akköser Akkumulator, autonome Aktivator und Vakuumtrichter. Drei Sachen können wir noch machen. Würde ich sagen. Ich weiß ja nicht, was das ist, aber ich glaube, das habe ich noch nicht freigeschaltet. Ähm, nicht? Ähm, Moment mal. Bei mir ist jetzt noch freigeschaltet, ist jetzt noch das Ei, äh, der Braustand, dieser Tropfen, so eine goldene Platte und so ein Stab. Ja, den Braustand, äh, das kann ich dir auch geben. Okay. Und ein Buchbinder habe ich noch, den ich machen soll. Woher habe ich auch immer den Buchbinder bekommen? Den müsste ich noch haben, den habe ich auch. So ein automatischer Braustand. Bisher konnte ich noch nichts damit anfangen, aber wenn ich ihn brauche, mache ich mir neuen. Da ist er. Äh, Theo war schneller. Hast du die raus? Hab ich. Dann solltest du die nächste Quest auch erledigen können. Dem, äh, automatischen Braustand. Ähm. Dann kriegst du, äh, zweimal Trank der Heilung, zweimal Trank der Regeneration und ein halbes Herz. Und dann musst du unten eins aussuchen. Dann muss ich mal ganz kurz, aber mal, Gertrude, 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 komm mal her. Irgendwas, was ich irgendwie bei mir ins Inventar nehmen kann. Oder bei dir reinmachen kann. Du hast ja alles da. Ich hab nicht hier noch Platz. Dann wirf's mir zu. Ja, dann... Dann nehme ich das mit und gib's dir dann bei dir zu Hause. So, und dann müssen wir beim Theo dann auch rausholen. Ihr nehmt das, wann das noch, äh, Pflasterstein, ne? Ja, das war so ein bisschen, äh, unnötiger Staff sozusagen. Ja, keine Ahnung. Der Name, glaub ich, war auch von dir. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ist ja egal. So. Feuerresistenztrank hab ich jetzt. Okay, wollen wir zu mir gehen? Jo. Können wir machen. Gut, ich geh schon mal vor. Komm mit. Ich komm mit. Yeah, Demetus komm mit. Willst du Kakao mitnehmen? Kakao? Da ist Kakao. Nur einen wieder nachpflanzen, ne? Oh. Bitteschön, danke, Bitteschön. Können wir später auch noch Stämme dazugeben. Jo, das wär cool. Dann kann ich Cookies machen, glaub ich, ne? Und Kuchen. Ja. Oder so, ne? Ja. Cookies, Cookies. Cookies. Weiß nicht, ob, ob man auch, äh, ähm, Schokomilch machen kann oder so. Keine Ahnung. Weil so genau kenne ich, ähm, Aquarian Skies noch nicht. Aber ich hab, ich hab ja wirklich ne Menge dazugelernt, muss ich, muss ich echt mal sagen. So, drüber nachdenke. Oh, am Anfang hab ich ja dargestanden wie der letzte Noob. Ja, ja, am Anfang, muss ich mal zu unseren Zuschauern sagen, am Anfang war der Mythos so, als ich, als ich ihn, äh, gefragt hab, ob er damit ein Projekt mitmachen möchte und ich hab ihm erklärt, worum es geht, sagt er, war er skeptisch, weil er so Mod-Projekt und so, er sagte so, ich weiß nicht, ob wie weit ich da komme und, oh, und jetzt ist der weitest überhaupt. Ich muss auch, ich muss auch gestehen, ich hatte anfangs echt keine Lust dazu. Jetzt rastest du halb aus eigentlich. Jetzt kann ich echt nicht mehr aufhören, das ist ganz schlimm. So, warte mal, ich fahr mal ganz los die Pfirsiche ab. Jo. Achso, da kannst du auch Saft draus machen, ne? Ich weiß. Du hast Inventar voll, du kannst nichts aufsammeln. Äh. Ich, ich sammle mal für dich mit ein. Oh, cool, danke. Und dann bring ich dir das einfach mit. Das ist ja kein Ding. Kriegen wir doch alles hin. Da ist noch. So. Dann geh ich, ich geh schon mal in die Hütte rein, ähm, und geh nach unten. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Ich hab hier Holz, das ist schon mal ganz gut. Das kann ich auch noch nicht mal rausnehmen. Ähm, packe ich mal hier die Blöcke rein. Jetzt nehm ich mir mal das Holz raus und mach mal. Warte, noch nicht reintun, noch nicht reintun, noch nicht reintun. Hab ich schon. Nein, ja, achso, okay, ja, weil ich hab mir so begleitet, ne kleine, ne leichte Ordnung. Warum geh ich denn da ganz oben, ich hab doch... Achso, ja, warte, dann werfe ich dir das einfach zu, was, äh... Ja, warte, ich mach grad Kisten. Ich weiß gar nicht mehr, was das alles war. Ja, ist ja egal, das mach ich gleich, das mach ich gleich. Ähm... Bleib mal stehen. Werfe das jetzt zu? Ja, und wenn du Pech hast, nimmst du ein anderer. Weil da ist nämlich noch Bert, Rude und Theo. Okay, hier kommen die ganzen Sachen rein, okay. Ähm, die Öfen packe ich hier auch mal mit rein. Das ist mal... Ich glaub, Schwarzbeere, ich glaub, Schwarzbeere hab ich auch noch nicht. Okay. Automatischer Braustand, den baue ich mir jetzt irgendwo mal hin, den automatischen. Darf ich mir mal eine so ne Schwarzbeere mitnehmen? Ja. Das find ich gut. Ah, ich glaub, du musst sie abbauen dafür, damit du sie setzen kannst. Ich weiß es nicht. So, äh... Ich glaub, die kannst du nicht nachpflanzen. Die kann man umcraften, hab ich gerade festgestellt. So, und da machen wir mal so. Ach, die kannst du wieder zum Setzling machen, oder was? Jo. Ah, okay. Hab ich gerade gemacht, ja. Wenn du noch irgendwas hier brauchst, dann nimm dir, ne? Also ich hab jetzt zum Beispiel hier vorne hab ich sowas anderes, sowas... Ich werd mal hier gerade, äh, nachpflanzen. Ich hab... So. Kartoffeln. Ja, gut, Kartoffeln. Weil hier ist mir Platz getreten. Kartoffeln hast du bestimmt auch. Ähm, okay. So. Da ist auch plattgetreten, das machen wir auch mal. Wieder schick. So, und hier ist noch einmal Samen. So, ich hab dein Feld mal wieder in Ordnung gebracht. Jo. Jo, bleib mal stehen. Theo? Theo, komm da raus. Glaube ich. So, das packen wir da mal rein. Weil ich meine, Sparsphäre hätte ich noch nicht gehabt. Jo, ja. Ist auch kein Problem, wenn du es nimmst. Dann auf Destiny. Okay. Ach, da hast du die, ähm... Versäckte Steinsachen alle reingemacht. Steinscherbe. Ja, davon hab ich auch noch... Trank der Heilung, Trank der Heilung, Trank der Regeneration, Trank der Regeneration. Feuerresistenz und Unsichtbarkeit. Okay. Okay. Okay, den Braustand. Wo pack ich den? Ich pack den Braustand mal hier hin. Einfach mal so. Trank der Heilung kann man doch stapeln, oder? Nee, kann man nicht. Okay. Das ist dann schlecht. Äh, leider geht das nicht. Egal. Ähm, da packe ich auch mal mein halbes Herz mit rein. Hier hinten... Die Kisses... Okay. Packe ich mal hier die Steine mit rein. Gertrude, was hast du denn noch so, was ich jetzt hier verweck machen kann? Wo zieht das Teil hier noch? Ja, aber wahrscheinlich Spitzhacken kaputt. Ähm, warte mal. Jo. So, alle repariert werden. Jo, mach ich gleich. Du brauchst ja einfach nur Feuerstein zu nehmen. Ja, eben. Feuerstein wirst du noch reichlich bringen, auch mit der Zeit. Außerdem habe ich davon noch genug, wegen dir. Jo. Horn. Äh, ich glaube von dem Korn habe ich auch noch. Kannst du nämlich auch mal eins? Ja, wenn ich darf. Ja, ja, klar. Finde ich gut. Damit habe ich keine Probleme. Jawohl. Da haben wir davon auch so einen Samen. Ich bin ein Schmetterling eigentlich. Ich weiß nicht, was das mit dem Schmetterling ist. Ich habe keine Ahnung. Ähm. Langsamer Flieger, kürzere Leben, warm, feucht. Keine Ahnung. Ich habe da keine Ahnung. Okay, bei mir macht es gerade Tick-Tack-Tick-Tack. Das heißt, die ersten 15 Minuten sind dumm. Ich sage, bis um 16.30 Uhr ist gleich. So, warte mal. Dann mache ich mein Questbuch da mal wieder rein zu Gertrude. Ähm. So, und weiter geht's in Folge B. So. Und. Hab heute wieder eine Anfrage gekriegt. Ähm, wie mache ich eigentlich nochmal diese Säfte? Diese Säfte? Da brauchst du so ein, äh, Saftteil, ähm, ach, wie heißt denn das jetzt? So ein Entsafter oder sowas, ähm, das ist so, sieht aus wie so ein Knopf. Achso, okay. Ähm, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Das ist auch im Questbuch enthalten, meine ich. Ähm, das war beim Apfel, meine ich? Nee, beim Apfel war das nicht. Äh, wo war denn das? Warte denn das? Wo war denn das? Irgendeine... Ach, hier, Hell's Kitchen, glaube ich, muss das sein. Genau. Äh, so. Genau, da müssen wir mal schauen. Nee, das war wieder was anderes. So schleimiger Setzling. Ah, ein Chooser brauchst du. Einen Chooser. Moment, ich will mal gerade gucken, wie man den Crafted. Was bringt eigentlich der schleimige Setzling? Ähm, da kannst du irgendwie... Ich glaube, auch Schleim mitmachen, keine Ahnung. Ist doch anders da. J, U, meine Fresse. So, diesen da. Wie macht man den? Eine Druckplatte und einen Stein. Hast du einen Stein und eine Druckplatte? Nee, ne? Ähm, nee. Weißt du was? Ich flitz mal schnell nach Hause und hol dir einen Chooser. Ähm, okay, mit dem Setzchen kann ich jetzt nichts machen. Dann kannst du dir auch Säfte machen. Die Säfte heilen... Ich hab einen Gummibäum. Das ist reine Obst. Ich weiß. Und, äh, ich hab, äh, ich hab einen, äh, seltsamen Kommentar, äh, wieder bekommen heute. Jo. Ähm, machst du auch andere Let's Plays außer Minecraft? Ähm, ich dachte eigentlich, ich hätte in der letzten Folge schon gesagt, dass ich einen Zweitkanal habe. Nein, also Metos macht gar nichts anderes, er hat keinen... Nein, Spaß. Was? Äh, 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 ähm, hatte ich, glaube ich, in der letzten Folge schon gesagt, ja, mein ich, hätte ich gesagt. Wir haben einen zweiten Kanal, dort, äh, let's play ich derzeit Watch Dogs, ähm, auf recht Witzige Weise, weil ich da ziemlich blubig bin. Und Mass Effect. Allerdings stelle ich mich da nicht ganz so dumm an. Wenn ihr wollt, könnt ihr da mal vorbeischauen. Ich habe das unten verlinkt in der Videobeschreibung. Da ist das standardmäßig drin. Könnt ihr mal reinschauen. Da findet ihr sowieso alle Infos. Einfach mal in die Videobeschreibung schauen. So sieht es aus. Da findet ihr auch die Kanäle zu allen anderen. Auch zu Kalle, zu Hubi und alle anderen Teilnehmern. Das heißt, wie heißen sie dann alle? Ich habe den Namen nicht gemerkt. Kalle, helfen wir doch mal. Mal. Was? Sollst du mir helfen? Mal. Mal. Nein, du sollst nicht malen. Mal. So, dann brauchen wir einmal den hier. So. Dann brauchen wir... Das. So, da haben wir einen Chooser. Den bringe ich dir mit. Dann kannst du dir dann Saft machen. Weißt du was? Ich könnte dir eigentlich auch noch ein paar andere Bäume mitbringen. Ich werde mich jetzt aber... Ich werde mich jetzt aber kurz verabschieden beim Zuschauen. Ja, das war es mit der Folge The Quest mit Metos. Auf meinem Kanal ist es vorbei. Ein bisschen geht es gleich noch weiter bei Metos. Könnt ihr bei seinem Kanal vorbeigucken in dem Teil B. Ja, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr natürlich wieder einen Daumen nach oben geben. So wie es immer ist. So wie ich es immer sage. Ich hoffe es natürlich hat euch gefallen. Also ich fand es auch ganz gut. Ich habe ein bisschen Hilfe bekommen durch die Quests. Ähm, hat Metos mir einfach mal ein bisschen geholfen, damit ich die Quests weiter erledigen kann. Weil ich einfach zu blöd dafür bin. Nein, Spaß. Aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, joa, es ist richtig cool. Vor allem mit dem Chunkloader, den habe ich ja auch noch bekommen. Wollte er mir ja auch geben. Und damit wächst es echt gut. Ich kam vorhin auf den Zauberer rauf. Dann war alles hier gewachsen. Und die Kiste mit dem Stein, die war komplett voll. Ich werde jetzt ein bisschen off-stream noch weitermachen. Joa, wie gesagt, das war es jetzt von mir. Ich wünsche euch was auf Wiedergeschauen.